moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch bei valo einen spot zeigen und zwar wenn ihr hier bei es sind auf a seid könnt ihr wie ihr wisst könnt ihr diese tür zu machen und wenn ihr die tür zu gemacht habt leute könnt ihr hier durchschauen ob da gegner sind oder rotieren oder von hier aus zum fenster gehen wollen ich zeige euch das mal ihr macht die tür zu leute und stellt euch hier an den schalter wenn ihr an den schalter seht ihr könnt die umrisse des gegners sehen leute hier wenn er an der tür ist oder wenn er zum fenster rotiert ja auf jeden fall ist das manchmal sehr hilfreich und ja das war es dann auch schon mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja schreibt mir in die kommentare lasst ein like da leute und wer noch kein abo ist kann das an dieser stelle gerne ändern ich freue mich über jeden support und freue mich euch beim nächsten mal wieder zu sehen noch 30 sekunden gibt mir eine leiche gibt mir eine leiche das letzte insekt zerquetscht